Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag in Hamburg. Wunderschön ist eher so mit einem Augenzwinkern gemeint, denn es ist eher kalt und fies draußen. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich schaue mir mal den E-Golf an. E deswegen, weil er statt eines Benzinmotors einen Elektromotor hat. Wie sich das anfühlt und was er sonst noch so alles kann, das klärt jetzt der Test und es ist wirklich kalt. Deswegen setze ich mich rein. Herzlich willkommen im E-Golf. Der sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so anders aus als ein konventioneller Golf. Ja, pling, pling, hier geht es direkt los. Und das Auto ist ziemlich ordentlich ausgestattet. Also wir haben hier zwei Displays vor uns. Einmal hier dieses große in der Mitte. Das hat, meine ich, irgendwie 10 Zoll auf Bildschirmdiagonale. Und dann haben wir hier noch vor mir dieses Virtual Cockpit. Das hat nämlich quasi einfach die Funktion des Tachos ersetzt oder übernimmt diese vielmehr. Man hat hier also auf der rechten Seite die analoge Anzeige des Tachos. Der geht bis maximal 160 kmh. Das liegt unter anderem daran, dass der E-Golf auch bei 150 kmh gedrosselt ist. Ja, und anstatt wie bei eurem Auto- und Drehzahlmesser zu haben, hat man einen Powerindikator. Also wie viel Kraft wird quasi gerade abgerufen. Wir sehen hier den Verbrauch, nicht in Litern auf 100 km, sondern in Kilowattstunden auf 100 km. Der ist angegeben mit 12, meine ich. In Wahrheit sind es bei mir 16. Auf Autobahnfahrten gerne mal auch 18 bis 20. Und die Reichweite, die gerade mit 169 km angegeben wird. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das stimmt so nicht ganz. Wir haben jetzt noch zwei Drittel Ladung im Stadtverkehr. Könnte das noch sein mit den 169 km? Ich bin am Wochenende über die Autobahn gefahren. Da schrumpft die Reichweite dann ganz schnell auf 150. Zum Pendeln reicht das zwar, aber naja. Mein Lieblingsfeature am Virtual Cockpit ist ja eigentlich diese Möglichkeit, sich die Navigate einblenden zu lassen. Weil ich, während ich die Navigate hier vor mir habe und mich navigieren lasse, dann die Mittelkonsole, also beziehungsweise vielmehr das Display in der Mittelkonsole für andere Dinge verwenden kann. Zum Beispiel für Apple CarPlay oder Android Auto. Ich habe dazu hier schon mal ein Android Handy mitgenommen. Man lädt sich einfach auf sein Telefon die Android Auto App, nimmt eine unendliche Flut an Anfragen an und danach darf das Auto dann quasi auf das Telefon zugreifen und unterschiedliche Apps verwenden. Wie zum Beispiel Google Maps oder auch die alternative Navi App Waze, die ich persönlich vorziehe, weil sie einen ausgesprochen guten Verkehrsinfodienst hat. Ja und bei Apple CarPlay ist eigentlich auch ganz schön, wir haben hier in der Mittelkonsole dann eine deutlich angepasste Variante von Apple CarPlay, die wir so aus anderen Autos eigentlich bislang noch nicht kannten. Das heißt, wir haben hier relativ viele Symbole, es sieht sehr schick aus, es ist alles schwarz mit bunten Symbolen. Das sieht alles sehr knackig und scharf aus, so wie eben das ganze Display ist. Das wird nicht so ganz ausgenutzt, wenn man wirklich sich mit diesem Discover Pro, so heißt dieses Navi System, dann mal auseinandersetzt. Denn hier dieses Hauptmenü, das sieht dann doch irgendwie sehr trist aus und ich muss sagen, es sieht nicht nur trist aus. Auch während der Fahrt habe ich festgestellt, es ist relativ schwierig bei acht völlig identisch aussehenden Knöpfen mit ein bisschen Text irgendeine Unterscheidung festzustellen. Das heißt, man fährt durch die Gegend und sucht dann, was war denn jetzt nochmal der Navi Knopf. Da könnte man nochmal ein bisschen Hand anlegen. Das gilt im Übrigen auch für die absolut bescheuerte Sprachsteuerung, die einfach überhaupt nicht zu verwenden ist. Und einfachste Aufgaben wie zum Beispiel ein Senderwechsel oder das Eingeben von Navizielen sehr, sehr häufig nicht oder sehr schlecht ausführt. Die brauche ich deswegen gar nicht erst vorstellen, weil die kann man sich auch einfach sparen. Was wiederum sehr, sehr toll ist, ist, dass in diesem Auto die Funktion Carnet eingebaut ist. Carnet besteht aus mehreren Sachen und zwar zum einen aus einem WLAN-Hotspot, der hier über eine SIM-Karte zu verwenden ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinem Mitfahrer hinten sagen, dass er für sein Tablet, sein Handy, sein Laptop oder sonst was auch immer sich hier direkt reinhacken kann. Die Datenverbindung ist ordentlich und das ist eine Zusatzfunktion. In der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Secure und Inform, glaube ich, heißt das ganze Paket. Da hat man dann quasi nur die Sicherheitsfunktion. Also ohne die Option, den WLAN-Hotspot zu nutzen, kann man dann immerhin noch zum Beispiel über die SOS-Taste hier oben um Hilfe rufen. Das tut das Auto übrigens auch ganz von alleine, wenn man mal einen Unfall hat. Ist auch gesetzlich so vorgeschrieben ab nächstem Jahr und ein sehr, sehr wichtiges Feature. Das heißt, man wird automatisch mit einer Leitstelle verbunden und kann dann Hilfe rufen. Und wenn man nicht mehr ansprechbar ist, wissen sie trotzdem, wo man ist und dass man gerade einen Unfall hatte. Damit ist eben diese Leitstelle gemeint, die VW da selber betreibt. So, über diese Internetverbindung haben wir hier auch Online-Verkehrsinfos. Das ist der dritte Kritikpunkt, den ich habe. Es sind nicht viele. Die Online-Verkehrsinfos sind irgendwie so ein bisschen ironisch, weil sie werden vernünftig abgerufen. Man bekommt recht detaillierte Informationen, wo Stau ist. Dann wird man aber trotzdem reingeleitet. Also das macht nicht ganz Sinn. Ich werde auch nicht gefragt, möchtest du eine andere Route nehmen, möchtest du diesen, das. Sondern es ist tatsächlich häufig vorgekommen, jetzt gerade auf meinem Pendelweg, der rund 30 Minuten beträgt, dass ich durch eine schwer, schwer verstaute Straße durchgeführt werden sollte. Das hätte mich dann insgesamt eine Stunde gedauert, dort durchzufahren, während irgendwie die Straße nebenan völlig leer ist, was kein Problem gewesen wäre. Also ein, zwei Sachen muss man hier nochmal ändern und anpassen. Ich bin mit dem System im Großen und Ganzen zufrieden. Gerade die große Navi-Karte gefällt mir gut. Ich mag sowieso Apple CarPlay und Android Auto gerne. Darüber haben wir jetzt auch wirklich schon erschöpfend bei einem Dutzend Autotests immer mal wieder gesprochen. Und mein absolutes Lieblingsfeature ist eigentlich die CarNet App, die ich auf dem Smartphone installiert habe. Und mit der CarNet App kann ich zum Beispiel, und das ist für ein Elektroauto sehr wichtig, wenn es an der Ladesäule nachts steht, festlegen, wann fahre ich morgens los, wann möchte ich, dass es voll geladen ist. Und weil das Auto ja schon am Strom hängt, kann ich auch festlegen, dass es aus dieser Ladesäule heraus direkt, also zum Beispiel den Wagen aufheizt, also damit meine ich dann die Heizung oder im Sommer wäre es die Klimaanlage. Oder man hat hier auch eine Frontscheibenheizung, genauso wie es eine Heckscheibenheizung gibt. Man kann auch einstellen, dass dieses Auto quasi enteisen, gerade bei solchen kalten Temperaturen, wie wir sie heute haben, nicht nur ein wahnsinnig komfortables Feature, sondern auch eins, das dazu führt, dass man ein paar Kilometer mehr Reichweite hat, weil man ja keine Energie mehr dafür braucht, dass das Auto erst aufgeheizt wird oder sonst irgendwas. Ja, elektrische Reichweite, das ist auch so ein bisschen das Thema. Und ich würde sagen, für den nächsten Part drehen wir einfach noch eine Runde. Ja, herzlich willkommen auf dem Beifahrersitz des E-Golf. Wir drehen doch direkt mal eine Runde. Und wie man schon hört, man hört eigentlich fast nichts. Und das liegt natürlich daran, dass wie bei vielen anderen Autos, die elektrisch betrieben sind, man einfach hier diese ganzen mechanischen Geräusche nicht hat, die es nicht gibt. Denn es gibt so gut wie keine Mechanik. Also sitzen wir hier am Steuer, ja, hier piept direkt was. Und wir beschleunigen quasi ganz sanft heraus, es gibt keine Gänge. Von daher gibt es auch kein Ruckeln, es gibt kein Schalten, es gibt gar nichts. Wir haben hier nur diesen Automatik-Wählhebel, so wie man ihn von konventionell betriebenen Autos vielleicht auch kennt. Das heißt, ich habe meinen Parkmodus, meinen Rückwärtsmodus, N und D. N für Neutral, D für Drive. Und dann haben wir hier noch dieses kleine B unten drunter. In diesem Modus bin ich gerade. Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür das B steht, aber ich sage mal frei übersetzt Batterie aufladen. Und das bedeutet, und das ist sehr, sehr speziell für Elektroautos und auch für dieses Auto, dass wenn ich jetzt vom Gas gehe, ich schalte nochmal auf den D-Modus, ich gehe vom Gas, es passiert nicht viel. Ich rolle einfach so weiter und das ist gar nicht sonderlich spannend. Wenn ich jetzt in den B-Modus schalte, dann bleiben wir stehen. Wir bleiben deswegen stehen, weil quasi dieses Schleppmoment, das ihr auch kennt, wenn ihr zum Beispiel in einem zu niedrigen Gang bremst, ihr fahrt von der Autobahn runter, schaltet in den dritten Gang, der Motor heult auf und das Auto, es wirft euch richtig nach vorne. Und diese Energie, die dabei entsteht, die kann das Auto hier eben abschöpfen und damit wieder so ein bisschen die Batterie aufladen. Das nennt man Rekuperation. Und dann fährt man hier durch die Gegend und das Ziel eines jeden Elektroautofahrers, wenn ihr einen seht, ist deshalb, dass er quasi sein Bremspedal gar nicht verwendet. Eine vorausschauende Fahrweise braucht man dafür, man dosiert eigentlich nur die ganze Zeit das Gaspedal. Jetzt hier zum Beispiel sind wir in so einer Stausituation, ich gehe gerade wirklich vom Gaspedal nur ein bisschen runter, ich bremse nicht, ich bremse nicht, ich bremse nicht und erst bei 3 kmh bremse ich überhaupt, um dann letztendlich wirklich stehen zu bleiben. Also das ist so der größte Unterschied, wenn man ein Elektroauto fährt und auch wenn man diesen E-Golf fährt. Ich mag es wahnsinnig gern, man gewöhnt sich daran, es wird wirklich ein Spiel, das genauso zu timen, dass man quasi aus dem Betrieb dann an der Ampel sozusagen stehen bleibt, ohne einmal die Bremse zu verwenden. Und ja, letztendlich spartes Elektroautofahrer Wartungskosten, weil sie wahrscheinlich wesentlich seltener ihre Bremsen wechseln müssen, als ihr das müsst oder als auch ich das bei meinem Auto muss. Hier haben wir übrigens neben diesem Automatingwellhebel einen Knopf, der ist auch ganz wichtig. Der ist jetzt gerade auf weiß, also auf aus. Ich drücke den jetzt mal, hören werdet ihr immer noch nicht viel, aber es gibt an der Außenseite Lautsprecher, die erzeugen ein ganz leises Brummen. Man hört es kaum. Man hört es eigentlich gar nicht, wahrscheinlich hört ihr es gar nicht. Man hört es wirklich kaum und dieses leise Brummen, das ist fast UFO-mäßig, also bei dem Hyundai Ioniq, den wir kürzlich getestet haben, habe ich es als UFO-mäßig bezeichnet und wenn man dann unterwegs ist, dann wird man gerade so in Tiefgaragen oder wenn man einparkt oder so, wird man einfach etwas besser gehört, weil Elektroautos sind halt vollkommen lautlos. Menschen erschrecken sich, weil wir alle darauf konditioniert wurden irgendwie in den letzten Jahrzehnten, dass wir, wenn wir über die Straße gehen, nicht wirklich gut gucken, sondern halt auch noch ein bisschen hören und ja, dann beide Sinne zusammengerechnet ergibt dann, aha, da kommt ein Auto, ich bleibe besser stehen. Aber wenn jetzt natürlich das Auto gar kein Geräusch macht, dann kann ich es nicht hören und dann bleibt ihr nicht stehen und ich fahre euch über den Haufen und das ist nicht das Ziel. Darum gibt es hier diesen Knopf. Der macht diesen Sound bis circa 50 kmh, danach ist Schluss. Danach braucht man ihn nicht mehr, dann gibt es ja auch Reifengeräusche, danach gibt es eigentlich auch kaum noch gefährliche Situationen mit Fußgängern, würde ich mal so behaupten. Und ja, wir fahren jetzt auf die Autobahn. Wie bei jedem anderen Elektroauto drückt man aufs Gas und dann ist man auf der Autobahn. Warum wir auf die Autobahn fahren, will ich euch auch noch kurz zeigen. Wir haben nämlich hier an der linken Lenkradseite haben wir eine ganze Reihe an Knöpfen und die ist dafür da, dass wir den Tempomat einstellen. Auch den gibt es bei vielen anderen Autos und dieser E-Golf hier hat einen Tempomat, der sich natürlich auch stufenweise feststellen lässt und dann habe ich hier in der Mitte noch diesen Knopf und dann sage ich, ich möchte wenig Mittel, viel Abstand zum Vordermand haben. Das heißt, wir haben hier ACC, also die automatische Abstandskontrolle, die automatische Cruise Control an Bord und man sieht hier vielleicht ganz klein diese grünen Symbole. Das linke grüne Symbol heißt quasi, er erkennt auch die Fahrspur, das heißt, er weiß, ob ich gerade mich in der Fahrspur befinde oder nicht. Ich habe jetzt mal, warte jetzt mal ganz kurz eine leichtere Situation ab, so, jetzt fahre ich an die Linie und er lenkt wirklich aktiv dagegen, also ich brauche relativ viel Kraft, um jetzt wirklich gewollt über diese Linie zu fahren. Er hat also auch einen Spurhalteassistenten mit einem aktiven Eingriff. Plus, ich habe den Tempomat auf 100 kmh gestellt, der vor uns fährt jetzt aber nur 80, er hat jetzt eben von alleine gebremst und jetzt kommt es, wenn beide Systeme zusammenkommen, dann haben wir ein autonomes Auto. Und zwar nicht auf Level 5, so, dass es irgendwie bedeutet, ich steige in der Übersee, erlebe uns bei Computerbild ins Auto und fahre zu meiner Familie nach Bayern und muss gar nichts machen, sondern hier sehen wir schon, es kommt regelmäßig auch eine Warnung, ich soll bitte wieder übernehmen. Das liegt nicht unbedingt nur daran, dass die Technik noch nicht ausgereift ist, sondern es liegt vor allem auch daran, dass schlicht und ergreifend, das war der erste Warnton, der zweite ist dann schon ein bisschen fieser, das liegt vor allem auch daran, dass wir es nicht dürfen. Das heißt, wir haben bislang keine gesetzliche Grundlage in Deutschland, um Autos über längere Zeit in einem automatisierten Betrieb fahren zu dürfen und darum kommt dann hier eben die Warnung. Im nächsten Schritt kommt eine sehr laute Warnung, die könnten wir uns noch anhören, müssen wir mal ganz kurz gucken. Die müsste jetzt gleich eigentlich kommen. Einen Augenblick. Kommt sie noch? Ich bin sicher, sie kommt gleich noch. Da ist sie, das war ein lautes Piepen. Ich lenke jetzt mal ganz deutlich, denn den nächsten Schritt, den habe ich ausprobiert, aber den möchte ich euch wirklich ungern antun, bzw. ihr sitzt ja zu Hause vorm Rechner. Ich möchte ihn mir nicht antun und unserem Kameramann Björn nicht, denn dann macht das Auto eine Bremsung und zwar eine ziemlich, ziemlich scharfe. Die ist die dritte Eskalationsstufe, da werde ich nochmal wachgerüttelt, falls ich wirklich eingeschlafen bin oder vielleicht auch ein medizinisches Problem habe, dann kann man hier nochmal sicherstellen, ist der Fahrer da? Nein, er ist nicht da. Im nächsten Schritt würde das Auto stehen bleiben. Das ist kein Scherz und zwar in der Spur, wo ich stehe und würde eben über den eben schon erwähnten automatischen Notruf dann auch sofort Unterstützung anfordern, die Warnblinker anschalten. Volles Programm. Es gibt von VW übrigens bereits eine nächste Ausbaustufe davon. Im Atheon, meine ich, ist es so, dass der Wagen nicht nur in der eigenen Spur stehen bleibt, sondern wenn ich wie hier auf der Autobahn zum Beispiel fahre und in so eine Situation gerate, dann würde der Wagen quasi rechtsrand fahren und dann erst den Notruf rufen. Eine deutlich wahrscheinlich sinnvollere Variante. So, ich gucke hier nervös nach rechts, weil wir haben einen Todwinkelwarner, den könnten wir nochmal ganz kurz zeigen. Das ist ein gelbes Symbol, das jetzt gleich verschwindet, aber gleich wieder auftaucht, wenn der nächste kommt und dieser Todwinkelwarner, der sagt mir quasi, aha, da ist jemand, bitte jetzt nicht rüberfahren, jetzt ist das Symbol weg, jetzt bin ich deswegen rübergefahren, alles kein Problem also. Jetzt sind wir in der perfekten Situation. Wir sind hier auf der Autobahn, wenn ihr mal nach gerade schauen wollt, wir haben hier so einen kleinen Stau vor uns, mein Tempomat ist immer noch auf 100 eingestellt, ich fahre gerade 30 kmh, ich darf jetzt übrigens auch völlig problemlos die Hände vom Steuer nehmen und darf das Ganze aussitzen oder auch nicht, das Auto warnt trotzdem. Und ich bekomme hier also meine Lenkunterstützung, der Wagen gibt von alleine Gas, bremst von alleine und weil es ein Elektroauto ist, macht das eben tatsächlich auch relativ viel Spaß. So, jetzt haben wir euch also mal ganz kurz die Assistenzsysteme gezeigt, ziemlich umfassend sogar, alleine einparken kann er auch, dafür gibt es hier noch einen kleinen Knopf, das zeigen wir euch jetzt heute nicht, das habt ihr vielleicht schon mal selber ausprobieren können, ich weiß es nicht, haben aber auch viele andere Autos und das ist ein Einparkassistent, bei dem ich noch im Auto sitzen bleibe, nicht so wie in unserem Audi A8 Video einer, wo ich aussteigen kann und das Ganze dann per Smartphone-Triggerin, das ist sicherlich die nächste Stufe im Golf 8, 9, 10, 11. Ja, so, wir müssen jetzt demnächst laden, also nicht wirklich, aber wir haben noch zwei Drittel Akku, ich will euch unbedingt zeigen, wie man lädt und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. So, ich habe jetzt hier eingeparkt, ich habe einen Parkplatz an einer Ladesäule gefunden, auch das ist in Hamburg nicht immer so einfach, weil ständig irgendjemand wie zum Beispiel dieser DriveNow auf diesen Parkplätzen illegal parkt. Nichtsdestotrotz, einen Parkplatz haben wir, ich hole mal ganz schnell ein Ladekabel, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist bei jedem Elektroauto im Kofferraum, es gibt unterschiedliche Typen von Ladekabeln, wir haben hier ein sogenanntes Typ-2-Ladekabel, das ist dafür gut, dass man zum Beispiel in rund fünf Stunden sein Auto wieder volllädt, da bin ich wieder, falls ihr euch gewundert habt, wo ich bleibe. Das andere Ende steckt schon im Auto und ich habe hier so einen Chip an meinem Schlüssel, den halte ich einmal dagegen, gegen die Ladesäule, gegen einen RFID-Scanner. Es gibt auch Ladesäulen, wie zum Beispiel die von Innoji, die haben keinen RFID, sondern zum Beispiel dann einen QR-Code, stattdessen kann man dann zum Beispiel sich über eine App einloggen. Ich nutze als Anbieter PlugSurfing, die haben eben auch die passende App. So und nachdem hier die Kundendaten geprüft wurden, kann es direkt losgehen, man steckt das Ende ein. Die Anmeldung war erfolgreich. Hier wird es direkt grün, ich sehe, guten Tag, Fahrzeug wird geladen und das war es. So schwer war das nicht. Man nimmt einfach das Kabel, steckt es ein, anderes Ende rein, fertig. Und wenn man fertig ist, ist es eigentlich ganz praktisch. Man sperrt den Golf einfach nur wieder auf, dann werden hier die Anschlüsse wieder freigelegt. Die sind nämlich jetzt verriegelt und dann kann man in der Zwischenzeit zum Beispiel auch nicht das Kabel gestohlen bekommen. Es wird Zeit, dass ich zu einem kleinen Fazit komme. Jetzt, wo wir hier schon so schön stehen und laden, ich habe zwei, drei negative Sachen zum Connectivity-System gesagt. Tatsächlich nerven mich eigentlich vor allem die Verkehrsinfos und das Hauptmenü ein bisschen. Daran könnte man noch ein bisschen arbeiten. Ansonsten ein solides System, dieses Discover Pro. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Das Virtual Cockpit kann man ruhig auch dazu bestellen. Ist nämlich auch eine schöne Angelegenheit mit diesen digitalen Displays. Was mir nicht so ganz gut gefällt, ist die bei diesen Außentemperaturen von 5 Grad relativ geringe Reichweite. Gerade bei Überlandfahrten, wo man konstant viel Strom braucht, um schnell zu fahren, also 110 kmh in meinem Fall, ist schnell mal der Saft leer. Aber wer sich in einer Großstadt aufhält, Zugriff auf viele Ladesäulen hat und einen Pendelweg hat, der nicht größer als 50 km ist, der ist mit so einem E-Golf gut beraten. Wenngleich der Hyundai Ioniq ein paar tausend Euro günstiger war und eine längere Reichweite hatte und der deswegen die beste Alternative zum E-Golf ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.